Hallo zusammen, ich bin Jens Staudenmeier, sportlicher Leiter der Easy Credit BBL. Als ehemaliger international und in der Bundesliga tätiger Schiedsrichter möchte ich Ihnen nun zeigen, wie mit Beginn der Saison 2017-2018 die Schrittfehlerregel neu ausgelegt wird, was sich genau ändert und was erhalten bleibt. Schauen wir uns die beiden häufigsten Schrittfehler- Situation im Detail an und beginnen dabei mit dem Standfuß, oder auch Pivotfoot genannt. Berlins Dragan Milosaljevic und Münchens Wladimir Lucic stehen sich hier in einer 1-gegen-1-Situation frontal gegenüber. Der linke Fuß des Berliner Spielers ist dabei sein Standfuß. Die Regel besagt nun, dass der Ball die Hand von Milosaljevic verlassen haben muss, bevor er seinen zuvor festgelegten Pivotfoot vom Boden anhebt. In Echtzeit lässt sich das mitunter nicht so einfach erkennen. Schaut man sich jedoch das Video in der verlangsamten Wiederholung an, fällt auf, dass Milosaljevic zunächst seinen linken Standfuß anhebt, bevor der Ball seine Hand verlässt. Damit verschafft er sich einen nicht regelkonformen Vortrag. Der Schrittfehler wurde als solcher erkannt und entsprechend geahndet. Die zweite Szene veranschaulicht ebenfalls die Verletzung der Schrittfehlerwege. Diesens Cameron Wells Schwarz 22 wird sehr eng von Oldenburgs Chris Kramer Gelb 4 verteidigt. Wells linker Fuß ist sein Pivotfoot. In Echtzeit nahezu beiläufig und hier unbemerkt von den Schiedsrichtern entzieht sich Wells dem Druck des Verteidigers durch das Anheben seines linken Standfußes. Die daraus resultierende Bewegung verschafft Wells einen Freiraum für das 1-gegen-1-Spiel. In dieser Szene hätte der Pfiff des Schiedsrichters erfolgen müssen, weil der Spieler nicht regelkonform seinen Standfuß angehoben hat. Wichtig zu wissen, in diesen beiden Situationen, in denen der Spieler jeweils den Ball im Stand erhalten hat, bleibt die Schrittfehlerregel wie sie war. Kommen wir nun zur Änderung der Schrittfehlerregel, die zwei Situationen betrifft. Das Ende des Dribblings, wenn bei der Ballaufnahme ein Fuß am Boden verbleibt und Situationen, in denen ein Spieler den Ball in der Bewegung erhält und bei der Ballaufnahme einen Fuß auf dem Boden hat. Das hört sich zunächst komplizierter an, als es tatsächlich ist. Lassen Sie uns auch dieses anhand einiger Beispiele zeigen. Beginnen wir mit einer Szene von der Europameisterschaft aus dem Spiel Georgien gegen Litauen. Georgiens Spieler Patschulia, rot 7, vollendet den Korfwurf ohne zu dribbeln. Lassen Sie uns in der Verlangsamung anschauen, ob dieser Korf nach der neuen Schrittfehlerregel zählen darf oder nicht. Patschulia nimmt den Pass auf, dabei befindet sich sein linker Fuß auf dem Boden. Nach der neuen Regel sind nach dem Auftaktschritt, auch Gatherstep genannt, noch zwei Schritte erlaubt, um zu werfen, zu passen oder abzustoppen. Der erste Schritt erfolgt hier mit dem rechten Fuß, danach folgt der zweite vor dem Hof, wenn der linke Fuß den Boden berührt. Obwohl sich Patschulia durch die beiden Folgeschritte einen großen Raumgewinn verschafft, ist dies kein Verstoß gegen die neue Schrittfehlerregel. Im nächsten Beispiel, während eines typischen Schnellangriffes, passt Bayreuths Bastian Dorit gelb 10 auf seinen Mitspieler Robin Amaze, gelb 15. In diesem Beispiel erhält Amaze den Ball in der Bewegung. Sein linker Fuß befindet sich am Boden. Danach folgen zwei weitere Schritte, ehe der Abschluss erfolgt. Nach der neuen Schrittfehlerregel ist dies ebenfalls erlaubt und zwar unabhängig davon, ob die beiden Schritte in die gleiche Richtung gehen. Als letztes Beispiel schauen wir auf den Spin Move, also den Versuch mit einer Drehung, um den Gegner herumzukommen. Bambergs Kapitän Elias Harris, Brot 20, täuscht in dieser Szene an, links an seinem Gegenspieler vorbeikommen zu wollen und dreht sich dann um diesen herum. Lassen Sie uns in der Zeitlupe schauen, ob diese Bewegung legal war. Der erste Schritt nach Ballaufnahme wird mit dem rechten Fuß ausgeführt. Nun folgt ein zweiter, ganz kleiner Zwischenschritt erneut mit dem rechten Fuß, ehe Harris mit einer Links-Rechts-Schrittkombination zum Stopp bzw. Abschluss kommt. Diese Szene war nach der bisherigen Schrittfehlerregel nicht legal und ist es auch jetzt nicht. Die Entscheidung des Schrittsechters, auf Schrittfehler zu entscheiden, ist korrekt, auch nach der neuen Regel.